Das ist so schön. Boah, mein Arm. Wie hätte das denn in der Arm so... ...schulde. Mein Arm, der ist jetzt so krank. Der ist echt so... Verdammt wie krank. Das kann losweichen. Ich hab ganz locker geprüft. Ganz locker. Ganz locker. Wo ich jetzt schon wieder schneller heiße vor mir. Ich erinnere mich noch an so einen Film. Wo die mal ankaulen. Oder immer so... Da wird dem Land schon so kaum schiffen. Boah, da vorne, der fährt ja auch nicht. The Holiday Inside. Oder Chuck Norris. Der Janet Jones. Nach 300 Metern weiter auf Alp-Wachwitz. Ja, ich hab mir hier, weil ich hier kein Navi drin hab, hab ich mir so mein Handy hier vorne reingekleppt. Das ist mir furcht. Zur Zeit. Noch. Vielleicht mal lange. Weiter auf Alp-Wachwitz. Weiter auf Alp-Wachwitz heißt ungefähr so wie wie... Fahr einfach weiter. Hör nicht auf mich. Alles ist gut. Hör vielleicht doch alles gut. Das ist ja egal. Weil ich kann ja so viel labern wie ich möchte. Weil ich habe ja sowieso den Tipp von Google programmiert. Ich habe dem Straßenverlopft von Pilnetzer Landstraße vier Kilometer erfolgen. Ja, das weiß ich. Verdammt! Das sieht man doch. Bildungserlaub, das war weg. Ja, das war eigentlich süß, verdammt. Das Tolle ist, wir können uns nicht über dich aufregen, weil du von Google programmiert bist. Und keiner hat Bock, sich mit den Anwälten von Google zopfzulegen, 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 zopfzulegen. Egal. Es ist eine Prank! Es ist eine Prank! Ich fühle mich so geprägt. Es ist eine Prank! Es ist eine Prank! Es ist eine Prank! Du weißt, es kommt auch. Ja, das kannst du auch. Ja, das kannst du auch. Ja, okay, das reicht wieder. Niederpolritz! Niederpolritz! Hier ist auch besonders viel... Ja, hier ist nichts dazwischen. Nur ein bisschen Stoff und ein bisschen Aluminium. Nein! Just a Prank! Ja, hier ist ein bisschen Stoff und ein bisschen Aluminium. Just a Prank! Hier ist ein bisschen Stoff und ein bisschen Aluminium. Just a Prank! Weißt du, man kommt zumindest mit dem Auto ganz langsam angefangen. So, dass das so richtig wirkt, weil es ein schnelles Auto ist. Und dann schnappt man sich so eine Frau. Also eine Freundin oder so. Macht sich eine Freundin klar. Und dann fährt man so einen Typ und so. Es ist wirklich nicht so ein bisschen schnelles Auto. Und dann so. So ein End. So ein End. Also ein Gangend. Just a Prank! Just a Prank weiß ich nicht, was bedeutet, aber gebrankt halt. Was? Okay. Just an 40 verarscht oder wie? Nein. Genau. Dann hast du dir die Bronne klar gemacht. Und dann fährst du so los. Dann würdest du mal schneller mal schauen und dann drück du mal aufs Gas. Und dann so. Just a Prank! Okay. Just a Prank heißt so wie wie angearscht oder verarscht. Nur eben auf Englisch. Weil die Deutschen einfach alles was. Sie meinen sie wollen immer ihre Kultur wahren. Obwohl sie sowieso alles in ihrem Wort schafft. Zum Großteil Englisch haben. Also wieder der Blitzer. Äh der Brinker. Der Brinkerplatz. Der Brinkerplatz. Der Brinkerplatz. Links der Blitz. Balotz. Balotz. Ja. Blitz, 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 Blitz. Orange. Haller Friedrichsstraße. Was ist das denn? Untertitelung des ZDF, 2020